Musik Ein besonders aufregender Tag stand vergangene Woche den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Haus Elvira bevor. Musik Es wurde nicht nur der Sommerabschluss mit einem Grillfest gefeiert, wobei Elviras Mann Ewald Stadthaler am Grill stand, sondern es wurden gleich drei Geburtstage gefeiert. Es wird jeder Geburtstag gefeiert, weil wir sind nicht so groß. Wir haben eine kleine Gemeinschaft, die sind gleich beieinander. Und weil wir drei Geburtstage haben diesen Monat, jetzt haben wir die zusammengefasst und die feiern wir halt alle groß. Musik Für Frau Kleinferchner, Frau Schinnerl und Herrn Nussbacher, welcher seinen 90. Geburtstag feierte, war es sicher ein ganz besonderer Tag. Es ist immer schön, wenn wir was feiern, es gefreut sich, sie sind aufgeregt und sie tun auch viel mit, also es gefällt ihnen ganz gut. Musikalisch untermalt wurde dieser Nachmittag von der Georgi Tanzlmusi und alle Bewohner und Bewohnerinnen hatten sichtlich einen gemütlichen und ausgelassenen Nachmittag. Musik this Deaths child. Musik 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 Musik